Hallo Leute, jetzt sind wir wieder zurück in Basel, im kleinen Konflikt. Das ist das erste Mal zu sagen, dass es einfach die Kappe der Windräder wäre. Das heißt, die Windräder fängt nicht. Hier haben wir 612, 6108. Und auch ein paar hundert Meter weiter. Das können wir euch gleich sagen. Da haben wir 612, 634, 637. Hier zurückgekommen aus dem RE von der Friedrichshafen oder so. Ich bin nicht wegen Zugstiegen, aber wahrscheinlich war der Zug schon seit Friedrichshafen unterwegs. Auf der Anzeige habe ich den natürlich gefliegt. Also auch der von unserem Gleicht. Und hier steht nur über ... Na, da ist niemand. Das ist freiwillig. Okay, offensichtlich haben wir keine Sicherheit. Wir fahren jetzt wieder und stellen sich im Nordfeld ab. Aus dem wir reinkommen, die LW nach Waldflug. Sonst war nicht viel los. Vor ein paar Minuten ist noch nichts hier abgefahren, aber sonst ist es aber noch viel. Die beiden Sekretärsführer haben jetzt mit einer ... also 108 und 137 haben gekoppelt und werden abgestellt. Die beiden Sekretärsführer haben jetzt mit einer Karte geöffnet, die sich auf die Karte und die Karte verletzt. Die Karte und die Karte sind so sehr glücklich. Die Karte und die Karte sind so sehr glücklich. Die Karte sind so sehr glücklich. Die Karte sind so glücklich. Die Karte sind so glücklich. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020